Mit 6,6,3,6 Meter! Mit Italien! Meine Damen! Willst du Applaus dir! Italien, die ich wünsche macht! Das ist eine Geschenke! Das ist eine Geschenke! Das ist eine Geschenke! Das ist eine Geschenke! Das ist eine Heide, wo er sich noch in diesem Regen-Stuhle wäre, in seinem Herzen in den Boden bleiben. Und Nummer 3! So, Nummer 3! Mit 7,6,1 Meter! Das ist der Finne! Riesen Applaus, bitte! Wir sind hier! Vielen Dank. Jetzt von Dr. Wir arbeiten mit einem Chips. Nummer 3! Wir threaten heute hier. Diese Phippen sind performs arm deportistisch. Ja längst hingeholfen! Es ist ein Schmarrer Wettbewerb. Der Bruch war die Zaun bei 7 Meter Sermattier! Das ist ja Wahnsinn. Ich weiss will nicht. Ich habe gedacht. Danke. Bitte. Schau. Ja ich kurs. Hier mit Ihnen. Jetzt bringt es nochmal auf die Hose, wo wir die ganze Zeit bleiben. Ja, super. Lass uns hier nochmal kurz ausdrücken, um sich zu fühlen. Ich habe die Hose zu sehen. Ja. Einmal umdrehen bitte. Super, ich mache nochmal die Hose, das ist voll gerade. Brauchst du doch einfach so? Nein. Wir brauchen keine Stelle. Wenn ihr noch fliegt euch damit, soll ich nicht so hören. Ja, gut. Ich will sagen, es geht jetzt mal klar. Es fällt jetzt mal um die Hose, durch die Hose zu bleiben. Ich will ergänzen, dass die Hose zu bleiben. Es geht wieder auf die Hose. Steh mit Hose. Auf die Hose. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid toll und willkommen zu dieser Hose. Ich freue mich, dass ihr da seid. Bis gleich. Dankeschön. Und da seid ihr da seid. Ich weiß, was ich da seid. Ich bin da seid. Ich bin da seid. Ich bin da seid. Wir haben da seid. Das war's für heute. Das war's für heute.